ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren folge battlefield 1 ja immer wieder mit dabei von sie halli hallo und wir werden uns jetzt sind kerzensuche geben lassen ich wünsche viel spaß und viel glücklich kann man gut brauchen ja wie du leid darunter gelten kannst habe ich noch nicht raus ich bin jetzt heruntergefallen besitzt vielleicht gleich dazu nicht aufwege, einander lassen nicht du musst aufbrechen nein aber daneben ich habe schon alle vier umbracht ich sehe vier nur das erste gebiet da unten da stehen bei mir vier leute wie kann ich jetzt die leiter runter gehen du musst nicht auf das loch auf die andere seite einfach dagegen laufen dann geht automatisch auf die leiter weil du dagegen springst falls du beinahe mich runter das habe ich herausgefunden das wird mit zwei beinen ich hab mir gesagt ich hab's hören dann die nehmen wir nicht ich lasse den sprengstoff stolperkrat vom werher die nehmen wir mit und wie wichtig aber das motor gefunden da ist der erste motor dann bauen wir die erste zündkerze aus der muss vier motoren suchen für 14 kürzen unter dem motor sind aber mehr als eine zielkürze drin okay gegen die tür laufen kann man es aufräumen ich brauche eine schallgedämpfte waffe bitte da noch was umliegen da ist noch was endlich pistole schallgedämpft das wollte ich ja da bin ich immer also darf er suche ich auch leise zu sein das mag ich mir nicht mehr ok ich Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Da war noch einer. Wo ist denn der hingelaufen? Fahrzeug. Die haben Verstärkung gerufen, die Schweine. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Gott sei Dank. Ja, meine Windmülle ist im Arsch. Oh, das wird auch nicht schön. Ja, komme ich gleich wieder runter. Ja, mit Springen. Ja, der hat gerade mit dem schönen Geschütz drauf geschossen. Oh ja, das war bei mir auch gerade. Weil ich mich nicht getroffen habe. Weil ich nur woher weiß, dass ich dumm bin. Ja, wenn du runter schießt. Der hat meine Schüsse nicht gesehen. Ja, anscheinend doch. Funnily. Ja, genau. Ich muss nicht aufstehen. Er hat meinen Held ergeben. Ist klar. Ich bin tot. Ich kann auch mal runterlaufen. Juhu. Super. Alter. Oder? Ah, ich bin beim Motor beim ersten. Fast. Da liegt der Bastelkaffe da noch herinnen. Ja. So. Die wollen wir nicht mehr. Die tauschen wir aus. Die Pistole. Bist du jetzt links oder rechts runter? Immer noch rechts. Immer noch rechts, okay. Wir haben noch mindestens einen Gegner auf der rechten Seite. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen. Problem ist, was ich habe, weil mir egal wie ich schieße, ich habe immer einen, der mich sieht. Okay. Ach komm. Was ist das immer dann ist? Was ist das? Es sind angeblich mehrere wie zwei, aber ich finde immer nur die zwei auf der Fläche und die anderen sehe ich nicht. Ich glaube ich habe da jetzt acht, ich glaube da sowas auf der rechten Seite. Ja, das schlimm ist, du siehst die anderen nicht. Also der eine ist überhaupt irgendwo entdecken gegangen bei mir, dass ich auch helfen kann. Na, das ist nicht das Problem, aber... Die sind weiter links, also sind nicht rechts auf der Fläche. Rechts auf der Fläche sind es vier oder fünf. Da finde ich aber nur zwei auf der Fläche. Ich rede nur von der Fläche. Das links auch über sind, das weiß ich. Die sind aber das kleinere Problem. Der eine ist in einem Gebäude bei einem G. Ja, jetzt falle ich ganz runter, weil das so schön ist. Ich glaube das war's bei mir. Und der andere läuft auf der Straße rum, also zwei sind da und wenn ich die Zinnigdreht sich ausschalte, kommt ein Fahrzeug mit weiteren Treiberstonen. Okay. Oder geht der Alarm los? Ich habe nur sechs Schuss, das man muss. Ja, das ist normal, da ist einer. Wo ist der außen noch? Da haben wir eine Kiste. Da ist der Alarm-Ding. So, das hat mal niemand mitbekommen, das ist schön. Den Treffen natürlich nicht. Jetzt sind alle so arsch, dass ich keinen treffe. Ich kann das ein bisschen ablenken, da. Einer weg. Boah, jetzt kommt der runter gerade. Billgranate. Ich komme natürlich beide zur Tür raus, gleichzeitig. zeitlich nein komm schon, zeig dich da herum, ja genau, genau und tschüss da waren es nur noch zwei treffe ich aber nicht von da herum muss jetzt runter gehen gut, das war nicht gut Alarm ja alles nur weil ich die Waffe getestet hab ja, das ist immer schlecht ja, das ist immer schlecht scheiße das hab ich nicht verdient, jede Nacht wachdienst so so, Alib ist auf einen ausgeschaltet ohne aufzufallen, wie geil ich hab immer falsch angefangen ja ich hab jetzt links angefangen, den auf der Straße weg weil der ist alleine äh, dann werden alle unruhig und bewegen sich durch die Gegend und damit ist jeder alleine zwischendurch hm jetzt geh ich nach links rüber jetzt geh ich nach links rüber hier bei mir ist mein Fahrzeug angekommen das können wir nicht machen gleich zur Schoss oder was nein, äh einfach, wenn man am Boden klickt ja, ja das ist eh da heroben, auf der rechten Seite bin ich jetzt einmal, aber da ist auch irgendwas oh oh, ein Waffenlager hübsch im linken Waffenlager drin? im linken, ja da ist eine Pistole aber ich tausch die gerne, weil dann habe ich wieder Munition weil der 10 Schuss ist auch ein bisschen heftig ja wir waren noch 15 Schuss ich hab nur mehr ja auch 15 jetzt wieder aber trotzdem geh mal hast du auf der linken Seite im Windrad drinnen? da bin ich gerade da ist nämlich oben eine Kiste mit einem Feldhandtuch ah ok ja die sind zwischendurch da habe ich schon eins gefunden, ich glaube einmal echt? ja das ist aber anscheinend immer irgendwo anders ok, komm da ist der Motor Waffenkiste da sind doch keine Gegner oder was? lol auf der linken Seite, oh ja da nur einen einzigen Gegner gefunden ja ich habe auch nur einen aktuell warst du das wirklich oder? ich geh jetzt einfach mit der Handpistole rein und hoffe dass noch einer ist kommen wir zurück ja nein was du dir anlernen musst ist schnell Waffe von dem anderen zu nehmen weil du ebenso wenig Muni hast im Notfall ok, da sind doch zwei Scheiß jetzt muss ich nachladen das war ein Fehler jetzt hat er euch Alarm ausgelöst ich mache gerade alle mit der Pistole One-Shot echt? nein, ich habe den einen mit der Sniper aufgeschossen ja, mich haben sie entdeckt das ist mein Problem komm, nimm das schnell uff, da hat mich jetzt auch was entdeckt nur noch einer so, ich verstecke mich jetzt einmal so, ich verstecke mich jetzt einmal nur noch drei Schuss mit Scharfschützen braucht man gar nicht 5 ich bin gespannt wie gut die KI im Busch dich sieht und so weiter also ich bin am Boden gegangen und sie haben mich nicht gesehen ich bin jetzt auch am Boden ich warte bis alles aus ist also wie es mit dem Fahrzeug vorbei kommt die Arena ist aus so, ich habe jetzt schon drei Teile, gell? ja, ich auch ich bin jetzt am Weg zum letzten Schmerz ja, Achtung in den letzten Turm sitzt dürfte ein Sniper drin rücken ok ok auf der Brücke steht auch was da ist keine Taschen lang das ist was mich ein bisschen nervt da Ich hab mal da rüberkommen zum Varsch irgendwie jetzt im letzten aussicht den las ich aus ich habe jetzt noch vier gegner gesehen die gegner drei schuss wen wo ist denn der jetzt der geht sicher unten im wasser gerade vorbei an mir gleich selber daneben was lol diese scheiß feuerwerfer die die halten so viel aus da habe ich dreimal mit der sniper dann habe ich voll übersehen muss den tank zu schließen glaube ich am rücken dass der auch in luft geht so ich habe jetzt nur die pistole aktuell mit was man das ist die waffe das mache ich auch immer doch in turm hoch weil da liegt die waffe von dem anderen denn hier schon weg oder du messerst den von hinten das kannst du auch machen ich habe da ein pferd stehen ja das lasst das brauchen wir dann zurück aber ich will die waffe nehmen warum geht das nicht ist geiler liegt jetzt eine leiche mit einer waffe und ich kann die waffe nicht nehmen cool oder und dort nicht runter springen ok ich habe alle schnell zurück dann machen wir jetzt einmal glaubt mit der pistole dass ich einen weg holt dass ich eine waffe habe oder wie du kannst doch von hinten herum dran rein durch den fluss durch jaja da muss ich jetzt links rum weil rechts rum geht nicht da suchen sie mich gerade jetzt ich werde wirklich wechseln müssen ich komme jetzt wahrscheinlich letzte zündting dann sucht wo war denn das pferd der rechten seite hinter meinem arm ich sehe schon ja ich warte jetzt nur noch bis du die habe ich schon ich muss jetzt noch weg kommen dass ich das pferd kriege so ich habe jetzt noch eine ersatzwaffe für den fall der fälle ich muss nur zum pferd dann können wir weiter aber wenn du zum pferd bist packt das noch einer ich habe mich nicht gesehen Gott sei der ist weg passt wir können immer im pferd ich sitze jetzt auf einfach ja ich sitze auch schnell zurück auf den lauf ich bin ich bin über die straße beinahe gelaufen habe ich aber pferd ich bin außen herum grent da ich bin hier oben ich steuern bin kurz vom weg abgekommen hier gibt es auch gar keinen richtigen weg wir finden einen du bist der fahrer fahrer gute arbeit jungs ja wir waren nicht schlecht oder ei das ist ja das ist die letzte gewesen werfen wir sie an ich habe alles richtig gemacht wirklich alles mein ganzes scheiß leben lang ich habe immer alles strikt nach dem verdammten handbuch gemacht dem verdammten handbuch was ist nur los mit dir du dämliche du dämliche scheiß kack drecksmaschine ach komm schon komm best na los reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir verdammte scheiße und ich dachte du machst einen ordentlichen kampf fahrer schaarer ach sie steht drauf wie du fluchst jungen x Vielen Dank.